Herzlich willkommen zu dieser etwas anderen Veranstaltung, denn wir werden Sie aus der Komfortzone holen und hoffentlich in die Magie bringen. Wenn wir Menschen glauben, wir sind am Limit angekommen und wir haben unsere Grenze erreicht, sind wir bei 40 Prozent. Wenn ich Führungskräfte frage, was ist dein Antrieb, da kommt leider nicht immer als allererstes, ich habe Interesse an Menschen. Das finde ich spannend, weil wenn ich Führungskraft bin, muss ich mich mit Menschen beschäftigen. Vertrauen braucht Reden, Vertrauen braucht Kommunikation, Vertrauen braucht Dialog und Dialog braucht Respekt. Einfach reden, reden und zuhören, nachfragen, antworten. Vertrauen auf die Kastein, Vertrauen. Werbung sind banco, ich bin weiß, wie wir es in den ZDF-Sachsone roomgenieren. Ich bin Bock, ein paar Minuten, bis fast in die Kastein des ZDF-Sachs,